Können Sie sich die heutige Welt noch ohne technische Geräte vorstellen? Sie als Entwickler machen diese Welt möglich. Und bestimmt kennen Sie folgendes Problem. Sie haben ein innovatives Gerät entwickelt. Aber das lässt sich bisher nur von Experten bedienen, weil das passende Display fehlt. Also suchen Sie auf Messen, im Internet und in Katalogen nach einem passenden Display und einem verlässlichen Zulieferer. Aber bei den zahlreichen Angeboten verlieren Sie komplett den Überblick. Und die Antworten der vielen Zulieferer-Hotlines erinnern Sie mehr an ein Abendessen beim Asiaten als an eine technische Lösung. Dazu kommt, dass Sie noch nicht genau wissen, welche Art von Display Sie benötigen und was technisch überhaupt möglich ist. Je länger Sie sich mit Displays beschäftigen, desto schwieriger wird für Sie das ganze Thema. Gibt es denn keinen deutschen Partner, der Display-Lösungen zuverlässig entwickelt und liefert? Doch, gibt es! Datamodul entwickelt und liefert neueste Display-Technik und garantiert langfristige Verfügbarkeit der Display-Komponenten. Als deutsches Unternehmen ist Datamodul mit zahlreichen Niederlassungen weltweit direkt vor Ort und gerne für Sie da. Das Experten-Team hilft Ihnen, das richtige Display zu finden. Es entwickelt und produziert die Bedieneinheit nach höchsten Standards und kümmert sich um die passende Ansteuerung. Mit der geeigneten Komponentenauswahl stellt Datamodul sicher, dass das Gerät den notwendigen Anforderungen standhält und in Ihrem Umfeld wirklich funktioniert. Sie bekommen eine Komplettlösung für Ihr Gerät inklusive Entwicklung und Distribution aus einer Hand. Übrigens, wenn es noch kein passendes Display für Sie auf dem Markt gibt, ist das kein Grund zur Panik. Denn für solche Fälle entwickelt Datamodul ein Display ganz neu und individuell für Sie. Überlassen Sie das Thema Displays getrost den Experten. Kontaktieren Sie Datamodul unter www.data-modul.com oder rufen Sie unter dieser Nummer an. Mit deren Beratung finden Sie ganz einfach das passende Display für jedes Gerät.